Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Video. Ich glaube, sie denkt, man hört sie nicht. Ich bin gespannt, was sie machen. Also wenn wir reingehen, links ist der Stromkasten unter der Treppe, das heißt wir gehen zuerst links und macht einen bestimmten Strom an. Okay. Weile nicht, wenn es dunkel wird. Boah, alle sehen Britney Spears hier. Nein, oder? My Loneliness? Doch. Ist Britney, oder? Gott, ich weiß schon nicht mehr. Der Geist, der will Ruhe auf dich. Doch, Hit me baby one of the time ist wohl möglich. Muss ich jetzt voll überlegen. Hör auf, Britney zu spielen. Äh, singen, spielen. Oh Gott. Hier bleibt nicht so viel. Oh Mann. Oh, fängt schon mal gut an, ey. Ich glaube, die steckt schon wieder fest im Verkehr. Hey, ohne mich? Das geht nicht. Hi. Lass mich hier raus. Oh Mann. 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 Also Henni. Ja. Man konnte dich... Ach, wenn man mich gehört hat. Ja. Hit me baby one more time hat man gehört. Danach war ich im Bus. Ja, gut. James Davis. Okay. Ähm. Ja. Hit me baby one more time. Oh Gott, wie geil. Warte, was habt ihr jetzt mitgenommen? Was ein neuer Clip wird. Moment, Henni. Was, was nehmt ihr mit? Hallo. Ich hab ne Kamera mit. Mitgenommen, eine Box und meine Taschenlampe. Ja, aber sobald du die Box wechselst, schmeißt du das Stativ weg. Das weißt du, ne? Ähm. Was ist da hinten los? Wo? Siehst du das auch, dass es ganz hinten im Gang hell ist? Ah, das ist ein Bug. Ja und? Ach so. Verdamm. Das ist ein Bug. Abgang. So, was nehmt. Warte, wir brauchen Salz, ne? Okay, da nehm ich direkt Salz mit. Weil ich EMF hab. Und ansonsten dann, ja. Ah, das kann ja die Kette auslassen. Wollen wir direkt hinten rein gehen? Weil dann sind wir direkt beim Stromkasten. Äh, also. Henni läuft schon? Ja, Henni, warte! Henni. Ja, wo gehst du hin? Wir müssen links. Ja, aufhören. Das ist aber auch ein Eingarten. Ja, aber das Stromkasten ist links, nicht rechts. Aufsache, sie versprintet vor. Okay. Ich hab den Namen wieder vergessen. James. Achso, James. Da hinten ist es echt komisch. Falscher Knopf, Entschuldigung. Mit Baby falscher Knopf, ja. So. James, gib uns ein Zeichen. Boah, ich muss aufpassen, ich darf nicht vor Kessel laufen, weil sonst springt das Ding an. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Seid ihr oben? Hä? Nein. Gib uns ein Zeichen. Wieso? Hast du was gehört oben? Ne, ich wusste jetzt nicht, wo ihr wart. Aber bei der Treppe hatte ich gerade einen 13er Ausschlag. Bei der Treppe? Es kann sein, dass du Henny gehörst wegen der Box. Ansonsten schauen wir nochmal bei der Treppe. Ne, das kann natürlich sein, aber... Weil 13er ist schon ziemlich hoch. Das wäre gut. Gut. Wo bist du? Äh, ich weiß nicht, ob das hieß, links an der Seite, oben an der Treppe. Da ist so ein heller Streifen. Da hatte ich kurz hingeguckt, da dachte ich, ihr seid oben, und dann hatte ich kurz 13er. Ich weiß jetzt nicht, ob es an euch lag, oder... Na komm, gucken wir einfach mal. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Also, entweder ich bilde mir ein oder ich höre irgendwas, aber sehr, sehr leise. Ja. Ja. Kann natürlich auch sein, ob sie das gehört. James, wo bist du? Hallo? James? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Unheimlich. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Oder zwei. Gib uns zwei Zeichen. Oder zwei. Gib uns zwei Zeichen. Gib uns zwei Zeichen. Wo bist du? Wo bist du? Ja. Wo bist du? Auf der anderen Seite. Ach so, okay. Gib uns ein Zeichen. So viel zu, wir bleiben zusammen. Ich bin die erste, die wegrennt. Ich bin die erste, die wegrennt. Also, ich glaube, oben ist er nicht. Ich höre nichts hier. Nein, ich höre auch so nichts. Dann war es wahrscheinlich von der Handy, was er gerade gesprochen hatte. Wo bist du? Ich bin die erste, die wegrennt. Gib uns ein Zeichen. Komm schon. Ein kleines Zeichen. Komm schon. Auf einmal ist er am Eingang oder so. Dann kotze ich, ey. Das wärs jetzt. Ach so, wir sind wieder unten, ne? Gib uns ein Zeichen. Um Gottes Willen. Hallo? Hallo? Wo bist du? Wo bist du? Hallo? Das war ich. Gib uns ein Zeichen. Wart ihr ganz vorne, unten? Okay. Äh, ich meine, okay. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Eine kleine Zeichen, bitte. Please. Ich glaube, auf der Seite war ich gerade. Wo bist du hier? Wo bist du? 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 Kessel, ich glaube, du hattest recht. Kommt runter bei der Treppe. Alles klar. Ich bin gerade aus dem Flur da hinten gekommen. Gerade als ich hier durch bin, hat vierer EMF ausgeschlagen und dann hat er angefangen zu handeln. Gib uns ein Zeichen. Also, kurze Frage. Hat irgendeiner von euch Steps gehört? Ob laut oder leise, spielt keine Rolle. Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte aber vierer EMF. Das hat mich irritiert. Ich war ganz hinten in einem Klassenraum. Ich habe ganz leise Steps gehört. Ich glaube, die müssen... Steps. Ich würde vorschlagen, dass wir das mal rausgehen, oder? Ja, warte mal, ich will die Kamera aufschneiden. Okay. Schieben. Scheiß Firm. Ich habe geschoben, ging sie nicht auf. Zieh, ich geh jetzt nicht auf. Schieb, ich geh jetzt auf. Wow. Okay, wir schauen nochmal über die Kameras an sich. Im Flur, bei den Treppen. Also, ich tippe mal, er ist im Flur. Also, ob er jetzt unten oder oben ist, keine Ahnung. Aber da war permanent Vierer und ich habe leise Steps gehört. Oh Gott. Ja, ich auch. Aber er wird was dauerhaft beim ersten Mal. Boah, schluck auf schon wieder. Ach du Heiliger. So Sanity. Also hier sehe ich gerade nichts. Ich auch nicht. Ist ja blöd. Kann aber auch sein, dass wir gar keine Ops haben. Das wäre halt nachbescheuert. Okay, die Schule ist ein bisschen kacke. Kann ich schon sagen, ey. Null Anhaltspunkte. Okay, und da war ich schon. Okay. Hm. Also, Honey, wenn du willst, kannst du auch gerne eine Kerze in die Hand nehmen. Und mit einer Kerze herumlaufen. Und wenn er sie auspustet, da wissen wir auch, wo er ist. Und ich nehme das Ding mal. 50er sein hätte ich jetzt. Ja, egal. Und wir müssen alle Pille nehmen. Das bringt jetzt eh nichts. Weil wir haben ja vorhin auch gesehen. Hat nichts gebracht, wenn nur einer. Guck mal mal. Ah. Wieso schlägst du nicht aus? Handy läuft vor mir. Du müsstest eigentlich ausschlagen. Jetzt schlägst du aus. Jetzt schlägst du aus. Jetzt schlägst du meine Kerze auspusten. Telefon. Oh. Oder? Keine Ahnung. Da hinten. Also es könnte oben sein oder da hinten. Gib uns ein Zeichen. Also wenn das so weit hinten war, dann war das sehr laut. Nein, so weit hinten ist deutlich besser. Ja, wir laufen einfach hier die Treppen hoch. Vielleicht was oben. Handy mag ihre Kerze. Achso, nee. Ich wollte das Licht anmachen. Ja. Da in die Richtung. Da war gerade 2,8. Gib uns ein Zeichen. James, ich hab ne Kerze. Ich hab keine Angst. Das heißt, Kerzen wachsen ins Auge. Du schritte. Gib uns ein Zeichen. Nein, wir sind da zum Spielen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Meine Kerze aus. Oh, cool. Bist du. Bist du. Oh. Oh, wie weiß ich noch. Wieso? Von euch ist keiner gelaufen, oder? Nein. Wir waren alle hier drin gerade. Nein. Vor allem, ich mach die Tür zu und die kommen durch die... Da hat die Kerze ausgepustet, als ich gerade hier zur Tür gegangen bin. Wo bist du? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Nein, ich schaffe. Buckle. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. König dir. Gib uns ein Zeichen. Okay. Solltest nur die Käpt'n auspusten und nicht jagen. Paschtrampe. Steht ihr hier drauf? Hallo? Hört ihr mich? Nein, ich wollte gucken. Ja, wir hören dich. Also entweder die Box gibt 5er Ding oder er ist hier wirklich irgendwo. 6,1 in die Richtung. War grad. Okay. Ich versteh's auch nicht grad. Ausfall. Guck. 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 Das war's für heute. Ich fühl mich verarscht. Ja, ich bin die Kamera jetzt noch mal umgestellt. Dass du hier in den Gang rein zeigst. Okay. So, ich mach mal hier zwei Haufen. Dann schauen wir, ob man die Treppe auf jeden Fall hoch oder runter geht. Ja. Alles ist da echt bescheuert gerade. Hä? So lange haben wir noch nie für den Geist gebraucht. Das ist doch kacke. Was ist mit dem? Er kann sich nicht entscheiden. Nein, nun. Ärgerlich. Hauptsache, der kann gut handen. So, Kamera 9. Der hat die Kerze nicht ausgebootet. Okay. Kriegsau. Anders hat das nicht gezählt. Du hast dich zu schnell gedreht. Dabei ist die Kerze ausgegangen. Ich sehe keine Obst. Ich, 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 ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ey. Es nervt. Okay, ich nehme das mit. Ich tue mal im Flur, Moment, ich tue mal im Flur direkt neben der Treppe sozusagen den Audiosensor hin. Und falls... Du, der Kessel nimmt die letzten Pillen. Und falls er irgendwo da in der Nähe ist, das ist egal, ich verstecke mich oder stirbe halt Notfalls. Ähm. Doch. Weil dann seht ihr, woher er kommt. Also dann steht da, keine Ahnung, da steht da Raum dann, wenn es Geräusche gibt. Alles jetzt wieder gut. Ich, ich sterbe ja nur für eine Runde. Was denn? Ich möchte nicht, dass du gar nicht stirbst. Das ist eine doppelte Verneinung, also möchtest du, dass ich sterbe? Und? Genau in dem Flur, wo wir die ganze Zeit waren. Also sofort in den Flur. Ja. Wir kochen. Wir kochen. Okay. Dann bringt noch Buch und ein paar andere Sachen. Ich warte im Zimmer. Ich gehe jetzt nicht raus. Nicht, dass er gleich handelt, bis hier kommt. Aber das Telefon hat hier in der Nähe nicht geklingelt. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich kann es nicht. Fingerabdrücke. Ah ne, quatsch, das ist der Auto. Was? Fingerabdrücke Quatsch? Was, jetzt haben wir Fingerabdrücke oder nicht? Was komisch ist, ich habe auch beim Eingang einen Schritte gehört. Da, wo wir reingegangen sind? Nein, nein, Haupteingang. Ja, könnte auch da sein, ja. Ich platziere gleich mal eine Videokamera am Haupteingang. Nehmt ihr noch? Ja, wir sind draußen. Ja, ja. Am Kessel, du guckst gleich. Ich platziere direkt am Haupteingang. Alles klar, machen. Also, ich habe am Haupteingang eine Videokamera platziert. Ja, ich bin drauf. Bislang nur nichts gesehen. Nicht nur dir. Ich glaube, wir müssen nach Ausschlussverfahren gehen. Ja, aber wir haben keine. Im R5 war es nicht. Ähm, Orbs sind auch keine zu sehen. Ja, Ausschlussverfahren, dann kann man gar nichts. Ja, das ist zumindest ein bisschen. Ach komm, bevor wir ewig da sind. Ich mache jetzt eher mehr R5. Hat am meisten ausgeschlagen, finde ich. Ob der ein Buch platziert irgendwo? Ja, aber immer nur Pira. Ja, da war nichts. Ja, Buch wurde platziert. Ach, egal. Ich nehme irgendwas. Okay, das geht nicht. Revenant ist der zu... Ich nehme Geisterbox-Buch und Fingerdrücke. Okay. Ich nehme E-M-S-Finger-Abgucken-Gefli-Tomp. Ich habe den Banshee. Ja, dann Banshee. Keine Ahnung. Okay. Gut, dann fahren wir. Scheiß drauf. Für einen Scheiß-Poltergeist hat er nichts gemacht. Nichts. Ja. Hätte er mehr machen sollen. Poltergeist. Auch, auch nicht. Voll. Das war's mit der Folge. Und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal, falls euch mein schwieriger Content gefällt. Und aktiviert natürlich die Glocke, um nichts zu verpassen. Ansonsten, bye. Eure Nike. Take care.